Oh Gott, wie dämlich! Wieder zurück. Ehe lang. Später vielleicht? Später vielleicht? Okay, machen wir später. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Jetzt willkommen zurück zu Resident Evil 6 mit der Lizzy. Hallo ihr Lieben. Na ja, du stehst genau hinter mir. Ich kann nur mein Gesicht sehen. Geiler Arsch. Und Lizzy hat schon gelootet hier heimlich? Ja, ganz viel. Oh, ich auch. Ach, siehste. Dann liegt es für uns beide da. Das ist natürlich gut. Ach was, echt? Hast du die auch da aus der Ecke? Ja. Ach, das ist ja super. Ach, was ich übrigens rausgefunden habe. Hier, ich möchte mal eben zeigen. Meine Waffe, meine Pistole heißt Schwingen des Todes. Meine heißt Pikador. Pikador. Und ich habe noch die Hydra. Ach ne, jetzt habe ich eine Erste-Hilfe-Spray? Nein, ich will mich nicht heilen. Hä? Warte mal. Hä? Ach, auf der 3 liegt die... Was macht sie denn da? Was war das denn? Was machst du denn da? Da ist sie wieder, alles klar. Geil, ne? Habe ich auch immer gemacht so. Huiiii! Juhuu! Juhu! Vor allem des Rums. Die sind so elegant, die beiden. Huiii! Hahahaha! Cirque du Soleil ist nichts dagegen, ey. Damit können wir in der Fußgängerzone auftreten, Mensch. Nimmt das irgendjemand auf der Welt ernst dieses Spiel? Hatsahmer! Hey! Was könnt ihr denn noch? Ich leg mich nur noch so vorwärts jetzt, ey. Scheiß auf WHSB. Ja, da ducke ich mich jetzt so. Warte mal. Mit der 2 ducken? Ne, ich heb... Hä? Was mach ich denn da? Was ist die 1? 1 ist nix. Und 4? 4 ist auch nix. Also 2 und 3 sind komische Sachen. Ich gehe jetzt alles durch. Also nimmst du es mir ja die 3. Ah, mit dem Mausrad kann man auch die Waffe wechseln. Das ist so wie, weißt du, wenn du eine coole Polizeiarbeit nachmachen willst. So ganz unauffällig. Ich roll mich mal eben auf... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ich roll mich mal eben auf... Boah! Komm, wir rollen uns jetzt hier diese Treppe. Oh ja, ich will mir auch die Treppe raufrollen. Oh Gott! Was ist das? Das ist der Hammer! Voll die Knie aufgeschürft bis hoch. Oh mein Gott! Warum halte ich mir die Seite? Ich bin verletzt. Ist das rote da unsere Lebensanzeige? Das sitzt so nah am Boden. Ist das rote unsere Lebensanzeige? Ne, das ist die Ausdauer, oder was? Das fühlt sich wieder auf. Guck mal da, siehst du das im Hut? Ach, ist die Ausdauer? Ja, stimmt. Bei dir da auch wieder Balken? Ja, wenn ich... Sogar wenn ich mich bücke? Ne, warte mal. Warte, warte, warte. Ne, dann nicht. Jetzt auch nicht. Doch, 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 doch. Es geht ein bisschen, aber die Ausdauer ist schon recht ordentlich. Oh Gott, ich hab voll Pipi in der Augen. Gar nicht mehr, echt. Das ist der Hammer. Entschuldigung, das ist das lustigste Spiel, was ich seit langem gespielt habe. Ja. Ein Nebel, ja. Der Nebel? Der Nebel war Graswimm. Entschuldigung. Ich weiß, man... Man soll sich über sowas natürlich lustig machen, aber... Warum denn nicht? Wenn man das einatmet, kann man sich schon anstecken. Entschuldigung. Ich find's krass, dass der Nebel Graswimm. Ich war schon nie... Total. Das ist The Fog, Nebel des Grauens. Oh, ich kann mich auch an die Wand lehnen, okay. Ich trete mal ne Tür auf, Anne, ich mach sie ganz vorsichtig. Warte, 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 ne. Oh, die sind leer, ne, sind die leer, die Getränkedosen? Kann ich hier irgendwas machen? Das ist ein Vorlesungssaal. Müssen wir wieder was lesen? Ja, ich setze mich ins Auditorium und du liest vor, Anne, hier liegt ne Lampe. Ja, Creepypasta, lese ich dir halt vor. Creepypasta? Creepypasta. Oh! Ich hab ne Dose die Treppe runtergetreten. Bist du aber auch paddelig. Ich wollte nicht stören. Ich wollte nicht stören. Hä? Witzig ist er auch noch. So, komm, hab. Ich wollte dich stören. Wie, glaub ich, immer noch 10 Schuss? Hä? Ah! Du kannst zaubern. Hat der Loot? Oh! Ach, hier komm ich gar nicht durch. Nicht den Professor erschießen, du willst doch was lernen. Nee. Ih, der löst sich auf. Wack! Wer stöhnt denn hier noch? Ehrlich. Na, der Professor selber. Der Professor himself. Oh! Voll in den Arsch getreten, Entschuldigung. Das tut mir leid. Ist aber auch. Oh! Schrot, ich hab Schrot aufgenommen. Ich kann endlich die Hydra. Nein! Oh, ich hab mich eindeodoriert. Ja, du kleiner Egoist, du. Entschuldigung, ich dachte, ich möchte nur gut für dich aus Masse. La, 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 la. Nee, dann falle ich doch runter. Nee, mach mal. Geh mal ganz an die Ecke. Hui! Gehst du? Geh mal ganz an den Rand und dann roll mal in die andere Richtung. Nee, jetzt will sie da nicht hoch. Warte, sie muss direkt davor stehen, sonst macht sie das nicht. Dann weigert sie sich. Jetzt kannst du an den Rand gehen und dann in die andere Richtung mal rollen. Warte. Jetzt kann sie gar nicht, weil dann dreht sie sich sofort komplett um. Achso. Hui! Aber du rollst erst mal zu Ende und fällst dann runter. Dann bücke ich mich, ja? La, 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 la. Huch. Oh, ich bleib drauf. Du hast wahrscheinlich Ballettunterricht gehabt. Du bist nicht so paddelig wie ich. Und plié. Und klischee. Ich möchte gerne einen Power Charge. Ich möchte einen Good haben. Good? Gut ist lecker. Das sieht nach Kaffee aus oder sowas. Nach Kaffee. Oh, Kaffee. La, 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 la. Hä? Achso, wir müssen durchs Fenster, oder? Müssen wir durchs Fenster? Doch, du sollst springen. Oh, ich habe durch dich durchgehauen. Ist auch nicht schlecht, ne? Geil. Das macht schon fast viel mehr Spaß, Nahkampf zu machen, als alles andere. Hallo. Bäm. Huch. Oh, der nimmt hier alles auseinander, ey. Das ist der Hammer. Hast du da jetzt, ähm, hier, konntest du ja auch Munition aufnehmen bei dem hier, der hier erledigt wurde? Äh, ich glaube schon, ja. Okay, dann kriegen wir echt beide. Guck mal, Fertigkeitenpunkte hier aufnehmen bei ihr hier? Nee. Oh. Äh. Nee, hier ist sonst nichts weiter. Hier ist noch ein Kraut in der Ecke. Ich weiß nicht, ob du das auch nehmen kannst. Halt. Was war das? Ach, nur da hochspringen. Das verwirrt so. Oh, nein. Ich bin... Der hat mir ein Bein gestellt, der Blödenmann hier. Ist da auch ein Kraut für dich in der Ecke hier? Nee, hier war Munition für mich. Ach, doch, da. Klar, hier ist ein Kraut. Okay, habe ich. Ach, hier ist Munition. Danke. Das ist gut, dass wir uns das nicht wegnehmen. Das ist super. Das ist richtig gut. Ja. Was ist das? Guck mal. Eben ist nicht drin. In die Fresse, Alter. Ah, voll, ey. Wir haben ein paar Möbel. Wir sind fiese Jugendliche. Oh, ich habe einen Sprengsatz aufgenommen. Wir vermöbeln erst mal hier die Leute. Geil. Die hier harmlos rumliegen. Also ich kann hier nicht durchs Fenster. Kannst du hier durchs Fenster? Nö. Aber ich kann hier die Tür aufmachen. Guck mal, ich kann allein die Tür aufmachen. Kannst du das auf? Ah, die Tür. Hallo. Na, du stehst doch gleich auf. Ich sehe, dass da schon kommen. Aber ich will Nahkampf machen. Komm her. Nee, der ist nur umgekippt. Also. Hier können wir auch nichts machen. Okay, seran, seran. Whatever will be, will be. Kann man mich von hier? Nee, das ist ein anderes Treppenhaus. Also. Wir mussten den Umweg laufen. Hallo. Bam. Nice. Ach, ist das geil. Was hat der denn? Oh. Ich fähre Fähigkeitenpunkt. Und. Yeah. Okay, so schlecht ist sie doch gar nicht. Jetzt habe ich noch einen Fähigkeitenpunkt. Hunderte oder nicht? Ich habe da immer 100 oder 50 rausbekommen. Ach so, ja, vielleicht habe ich das auch. Weil ich war nun, wo man die ausgeben kann. Du kriegst auch einen Springer, ne? Deinen Fähigkeitenpunkt oder sowas. Einen Springer? Ja, was? Ja, ein Springer ist das. Also vom Schachspiel. Ach so. Das weiß ich nicht. Ja, ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Nee, ich kriege einen König. Oh ja, du hast einen König. Du kriegst einen Bauern. Du bist ein Bauern. Ach nee, schon drin? Hi, Süße. Hier waren wir nicht. Schicke Friese. Krass aufs Maul, Alter. Oh, die ganzen, besser das aufräumen. Oh. Voll aufs. Oh, nochmal durch den Oberschenkel. Entschuldigung. So. Warte, 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 warte. Jetzt habe ich nochmal 100 Fähigkeitenpunkte gekriegt. Sehr gut. Wieso kann ich das nicht nehmen? Doch, kann ich. Wandgranate. Und Muni. Rot ist kaum. Jetzt habe ich Kesara im Kopf, ey. Jetzt rennt er schon wieder vor und kämpft. Natürlich. Ich will boxen und treffen und kickboxen und alle. Oh, ist das geil. Ah, am Kopf kaputt. Ich will auch Spaß haben. Ist das geil. Mann, das war meine. Boah, ist das, ey, übelstes Verkloppen hier, ey. Ist das geil. Alter Schawitzki. Oh, apropos Bauer. Ey, du Bauer. Das sind alle Schachfiguren, die ich hier aufnehme. Was hast du denn? Neee. Hast du eben gemacht? Ich bin gerade gekommen. Oh Gott. Oh mein Gott. So, ich brauche deine Hilfe. Alles klar. Wie war das nochmal? Ich kann das gar nicht mehr. Oh. Party. Sie müssen zum Sicherheitstor, um den Campus zu verlassen. Ist ja in jeder Uni so, dass alles mit dem Sicherheitstor... Und mit roten Teppich vor allen Dingen, für die ganzen Studenten. Willst du keinen Nahkampf machen? Nee. Also schon, aber auch manchmal ein bisschen schießen. Oh, guck mal. Die macht das Buffet da hinten. Oh. Hallo. Was gibt's denn? Quadratkuchen? Oh, Rippengestolpert. Entschuldigung. Ich stecke eine Flasche hinten rein und du trittst nochmal drauf. Das ist so brutal. Die armen Zombies. Hier ist Mundi. Mundi? Ja, Mundi auch. Die liegt da jetzt. Hast du ja gesehen. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich muss jetzt den Rest meiner Familie geben. Oh Mann, ich stolper immer. Und dann kriege ich immer so eine Warnung. Was, wenn ich stolper, kriegst du eine Warnung? Ja, ja, dann ist dein Symbol so rot. Machst du dir Sorgen? Nee. Blutiges Sushi. Lecker. Blutiges Sushi ist das beste Sushi. Auf jeden Fall. Ich mag auch gar kein Sushi. Sushi ist Pui. Hier gibt's Quadrat. Was, Uschi? Was, Uschi? Uschi? Hier bräuchte ich deine Hilfe. Da können wir rein. Nein, ich wollte... Mensch, ich wollte... Hat der nichts zum Looten hier? Der Typ? Nee. Aber das ist Schlampe, die... Ey, die Schlampe hat mich beleidigt, ey. Na, 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 na. Na, ey, guck mal, was ich damit... Oh Gott, das ist so brutal. Oh Gott. Oh Gott. Rotes Kraut, grünes Kraut, buntes Kraut. Äh, hier können wir so eine Tür aufmachen, die nicht zum Ziel führt. Wollen wir die mal aufmachen? Die nicht zum Ziel führt? Ja, wir müssen ja da hinten hin, aber hier war irgendwo noch eine andere Tür. Eine nicht zielführende Tür. Genau. Okay. Wir schaffen sie die Schlüsselgarten. Kassen Sie den Finger am Abzug. Man weiß nie, was einen erwartet. Das müssen wir doch hier hin. Das war klar, das war was Anzügliches. Wir können nicht wieder raus. Oh, er nur wieder. Er zieht damit aber nochmal rein. Nimm den Feuerlöscher. Ich nehm erstmal die Muni, die hier liegt. Muni. Muni. Muni, 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 Muni. Muni, Muni, Muni. Oh, guck mal, die spielen Football da hinten. Siehst du die auf dem Feld? Ich warte an der Tür auf dich. Ja, die spielt... Da guckt er. Oh, die spielt Football. Ich kann da nicht weg. Ach so. Echt? Ich kann das nicht abrechnen? Helena. Das ist mein Name. Oh, guck mal, ich kann... Oh. Ja, toll. Hast du gut gemacht, weißt du? Hast du gut gemacht, Lisi. Verdammt, funktioniert 1, 2, 3 nicht mehr, oder was? Wir kommen nicht raus. Ich hab's gleich. Einen Augenblick. Oh. Hi. Hi. Voll ins Kreuz getreten, ey. Ist die jetzt hier hinüber? Wir sind so viel, das schaffen wir nicht. Jetzt wissen wir, wo die Infizierten gesteckt haben. Auf dem Football-Feld. Wo ist denn der Rest? Ach, da. Money makes the world go around. Wow, was war das denn? Hä? Oh, du Schlampe. Eine Flasche ins Gesicht? Äh, was, äh, tust du da? Was, was, was machst du? Was hast du getan? Ich weiß es nicht. Leon. Ich weiß es nicht. Ich denke gerade, was ist jetzt los? Auf einmal ist auch da irgendwie so, so, warte, wir können ja nicht wieder raus. Wie doof, da war doch noch was. Nicht stolper. Mhm. Erstmal ganz viel Muni einsammeln. Ja. Solltest du vielleicht auch einmal hier vorher durchlaufen und Muni einsammeln. Können wir dich vorher schon töten? Nee, ich glaub nicht. Ich glaub nicht, dass du von hier aus erwischt. Ja. Huch. Man, wer lässt denn hier die ganzen Leichen rumliegen? Ja, aber echt, ey. Na, dann gib doch mal den falschen Code ein. Badadada. Badadada. Entschuldigung, ich muss mal einen coolen Auftritt haben hier. Badadada. Wah! Badadada. Hier drüben. Hier drüben. Ich sag mal, wir sind kriminelle Jugendliche. Ach. Okay, jetzt versuche ich mal bei dir zu bleiben. Vielleicht findet es das ja besser. Huch! Oh, der ist schon tot. Der ist schon tot! Guck mal, ich hab mich rausgeprügelt! Durchs Fenster zurück! Extrem gut gesichert für einen College Campus! Ich muss nachladen! So, dann mal ebenso hier! Schlampe! Schön! Äh, ja, ich würde ganz gerne, aber wir können jetzt nichts machen. Ach so, das sind wir! Ja. Dann halten auch so viele Erwahrungspunkte! Oh Gott! Da waren nur so viele Erwahrungspunkte! Ja man, wir hätten alles Ninja looten müssen! Oh, verdammt ey! Oh, ich bin nicht Deuter! Huch! Ich auch! Oh nein, der PC steht noch da, aber die haben sämtliche Kamel geklaut! Aber er läuft noch! Stimmt! Das ist alles wireless! Uh! Doch, doch, der ist an! Das ist alles wireless! Auch das Stromkabel! Mann! Halt! Hä? Ach ne, das ist Hinweis zum Schlüssel! Was? Hier brauchen wir einen Schlüssel, oder was? Hinweis zum Schlüssel? Ja, 17 Meter! Für die Schlüsselkarte! Ach so! Ja, dann geh bitte! Immer, immer weiter gehen! Hier sitzt jemand! Gleich ungefähr! Awww! Der ist ganz müde! Ach, total! Huch! Huch! Das ist doch nicht mal Absicht, aber ich find das einfach zu schön! Hier ist Munition in der Schublade! Was ist das? Was ist das denn? Ach, das ist ein Abzeichen! Mach mal kaputt! Halt! Wie hat das noch... Ich hab ja kein Messer! Du hast ein Messer! Mach du mal mit dem Messer kaputt, bitte! Ach so! Äh, mit dem Messer! Ach so! Geht nicht! Doch, hab ich! Ach, da muss jeder... Toll! Jeder für sich, weißt du! Hehehe! Und ich hab... Da können wir nun ja die Tür aufmachen! Kann man sonst noch irgendwas? Das ist ja aber auch... Hier ist noch Muni! Ich lad nochmal nach! Genau, die hab ich dir eben angesagt! Die hast du ja nicht mitgenommen! Hier sitzt doch jemand auf dem Stuhl! Die gute Frau! Guck mal! Sooo! Die wartet hier noch! Ja, ich weiß es! Die Bibliothekarin! Guck mal, V! Leon! Hier lang! Hier lang! Hier lang! Okay, ich komm! Bäh! Wursch! Hallo? Oh, da liegt was! Da liegt was! Die Schlüsselkarte! Äh, geht's noch? Äh! Ich hab das scheiß Spray in der Hand! Immer was anderes, Süße! Und er wandelt! Yeah! Kriegen wir denn irgendwie einen Stufenaufstieg? Oder müssen wir selber was leveln, wenn wir solche Fähigkeiten bekommen? Das muss wahrscheinlich ausgeben! Wahrscheinlich gibt's hier wieder so Kapitelende! Also denk ich mal! Hey! Jetzt ist die Schlampe aufgestanden! Was? Ja! Und wie! So, die wandelt auch nicht mehr! Wahrscheinlich stehen die jetzt alle auf! Aber der hier liegt ja noch ganz chillt auf dem Boden! Klebeband! Aber da stöhnt einer! Ja, hier! Den hab ich grade getreten! Huch! Hups! Hupsi! Hättest du mal nicht deine Stöckelschuhe angezogen? Ja, genau! Das versteh ich auch nicht! Ah! Das ist bei The Evil Within ja auch so! Die eine da auch mit ihren hohen Schuhen! Das find ich immer wieder faszinierend! Okay! Schrot! 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 Oh! Nicht schlecht! Warte mal, wir können doch inzwischen was kombinieren miteinander! Haben wir eigentlich ein begrenztes Inventar? Schrot! Wie ging das denn nochmal? Ich weiß es nicht! Ich hab keine Ahnung! Huh! Warum hab ich da so rote ... Hast du auch über deinem ... über dem Dings da so einen roten Puls? Nein, du bist, glaube ich, fast tot. Dein Name ist Rot. Der war vorher grün. Hast du was zum Heilen? Ja, ich glaube, ja. Oder warte. Wie geht das? Krautgrün kombinieren mit Krautrot. Gegenstürz. Okay. Jetzt ist es kombiniert. Ich habe jetzt zwei Sachen kombiniert. Ein Behälterlager. Und nun? Was für ein Behälter? Bestätigen. Kombinieren? Jetzt habe ich das irgendwo drauf liegen, glaube ich. Verdammt. Ich verstehe das Menü nicht so ganz. Wo komme ich denn jetzt? Hä? Da kann ich das denn benutzen. Ah. Ja, jetzt bist du gelb. Genau. Gelb nur? Ja, bei mir bist du gelb. Der wirft sich hier Pillen ein. Du bist immer noch gelb. Geht's grün? Jetzt bist du grün. Okay. Ich wollte die Pillen eingeworfen. Ich bin mit einem Junkie unterwegs. Warte, 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 warte. Ja, ja, ja. Wir machen die Folge vorbei. Okay. So, nachdem ich jetzt mal Pillen eingeworfen habe, geht's schon das nächste Mal besser. Also geht's beim nächsten Mal besser weiter. Ja, also Helena möchte sich ausziehen und nackt über das Football-Feld laufen. Yay! Aber nicht mehr in dieser Folge. Nein, da müsst ihr auf die nächste Folge warten. Ah, schön. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss Jan! Alles Liebe, tschüss!